Hallo liebe YouTube-Freunde, einen schönen guten Morgen aus Gradin in Kroatien. Das ist im Nationalpark Krücker. Von hier geht es jetzt mit dem Boot zu den Wasserfällen und da melde ich mich dann wieder. Ich mache dafür eine Woche Urlaub. Mal sehen, was es hier zum Entdecken gibt. Bis später dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Ja Freunde, das ist die Altstadt von Skradin. Hier hatten wir das Apartment gemietet. Leider ist der Ausflug zum Nationalpark Krücker vorbei. Wir werden jetzt zu den Blitwitze-Sseen fahren. Und da gibt es dann ein neues Video. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Ja, auf Wiedersehen, Tschüss, Servus für die Österreicher, auf Wiederluger für die Schweizer. Und dass ich es nicht vergesse, bleibt so anständig wie ich sein sollte. Bye, bye.